Herzlich willkommen beim nettesten Mahlungsblogger der Welt. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch ein Abo dalassen würdet und die Glocke drückt. Dann kriegt ihr auch mal Benachrichtigungen. Und wenn euch solche Politik-Sendungen hier auch interessieren, könnt ihr das gerne auch mal unten reinschreiben oder mal ein Like dalassen. Würde mich sehr drüber freuen. Denn heute geht es bei diesem Video um die Landtagswahl in Brandenburg, die am 1. September stattfinden wird. Und das ist durchaus sehr spannend, wie dort die Ergebnisse auch momentan die Prognosen und die Umfragen so aussehen. Und wenn ihr das jetzt am Wahlabend erst seht und wenn die Ergebnisse schon raus sind, könnt ihr ja mal reinschreiben, wie ihr das empfunden habt und ob ihr das ähnlich, wie ich jetzt auch von der Tendenz gesehen habt oder ob ihr vielleicht auch gesagt habt, da gab es jetzt noch mal eine ganz krasse Überraschung und das sieht jetzt doch mal ganz anders aus. Die Artikel werde ich euch unten auch verlinken. Das ist von merko.de, das ist ein kompletter Artikel und das fasst eigentlich alles relativ gut zusammen. Ich kann auch den Appell an euch geben, wenn ihr aus Brandenburg seid und schon wahlberechtigt, dann geht bitte am Sonntag zur Wahl. Verspendet euer Stimmrecht nicht, das ist ein Privileg, in diesem Land auch wählen zu gehen. Auch wenn die Politik halt größtenteils auch vielleicht doof oder scheiße oder unbefriedigend für viele ist, solltet ihr trotzdem dorthin gehen. Das ist so mein Appell an euch. Und ich wollte mit euch jetzt mal die Umfragewerte durchgehen von den verschiedenen Instituten. Giveaway, INSA, BILD, ZDF, Politikbarometer und so weiter, Forsa und Co. haben alle im August schon Werte abgegeben und es ist relativ deutlich zu sehen, dass die CDU wahrscheinlich um die 18% der Stimmen erreichen wird. Also sieht es momentan so aus, dass die SPD wohl, was ich relativ krass finde, dass es in Brandenburg nochmal ganz anders ist, als dann doch in Sachsen. Wenn ihr das Video von der Sachsen-Landtagswahl noch nicht gesehen habt, verlinke ich das hier auch oben für euch, beziehungsweise in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall auch noch rein. Da habe ich nämlich auch über die Landtagswahl in Sachsen nochmal explizit gesprochen. Und da sind die Werte nochmal ein bisschen anders. Ansonsten, wie gesagt, ist die SPD anders als in Sachsen wahrscheinlich sogar eventuell die stärkste Partei beziehungsweise kämpft sie mit der AfD drum. In Sachsen sieht das ja anders aus. Da ist die CDU vorne, wo auch die stärkste Partei locker werden. Dort könnte es ein Dreierkampf werden, fast schon mit der Linken ein Viererkampf, also sehr offen. Und die Grünen haben auch 14,8 bis 17%. Die gemunkelt werden. Also es könnten echt vier Parteien, das gab es glaube ich so auch noch nicht so oft, stärkste Partei werden. Am wahrscheinlichsten wird es aber wahrscheinlich so werden, dass die SPD leicht vor der AfD liegt oder die AfD leicht vor der SPD. Das ist so mein momentaner Stand. Und es wird, wie gesagt, ihr seht es hier, 21, 21, 21, 20, 21, 21, 18, 23, 23. Sehr, sehr spannend, wer dort die stärkste Partei wird. Also so spannend war das glaube ich noch nie bei einer Wahl, also zumindest lange nicht mehr. Und das ist dann schon sehr, sehr interessant. Wenn man die Werte mal vergleicht von den Jahren von der Landtagswahl 2014, dann sieht man, dass sowohl die CDU als auch SPD deutlich verloren haben und die SPD sogar sehr stark verlieren wird. Also wahrscheinlich wieder über 10%. Bei der CDU sind es um die 5% wahrscheinlich, vielleicht sogar 6%. Und die Grünen haben deutlich gewonnen. Das ist schon ein bundesweiter Trend, dass die Grünen sehr stark dazugewinnen werden wahrscheinlich. Das werden dann gute, ja, 8% wahrscheinlich sein. Und auch die FDP wird wahrscheinlich knapp in den Landtag einziehen, könnte aber auch knapp scheitern. Die Linke bleibt relativ konstant, verliert wahrscheinlich leicht ein paar Prozent von 18,6 bis 15,5. Das ist ein leichter Verlust, aber die halten sich relativ wacker. Und die AfD wird gut wachsen und wahrscheinlich 8% mehr haben als vor 5 Jahren. Also im Jahr 2014 hatten die 12,2% und jetzt sind es wahrscheinlich um die 20, 21, 22%. Ich denke, zwischen 19 und 23% wird es wahrscheinlich bei der AfD dann sein. Und die werden sich mit der SPD wahrscheinlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Und dann könnte es sein, dass die AfD die stärkste oder zweitstärkste Partei sein wird. Das ist der momentane Trend. Und das ist auch durchaus interessant. In Sachsen sieht es ein bisschen anders aus. Wie gesagt, das Video habe ich unten für euch in der Infobox verlinkt oder hier in dem i. Könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen. Durchaus sehr, sehr interessant. Und wenn man das jetzt mit der Bundestagswahl, mit der Prognose für die Bundestagswahl aus dem Jahr 2021, so rum, vergleichen, sieht man, dass das so ein tendenzieller Trend ist, dass die AfD leicht dazugewinnt und die Grünen bundesweit am stärksten gerade zulegen und wenn es so weitergeht, sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Union liefern und die AfD wird sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD wohl bei der Bundestagswahl liefern. Und dann könnte es sein, dass die SPD von der zweitstärksten Partei zur viertstärksten Partei wird. Wenn nicht und was Krasses passiert, sieht die Tendenz momentan so aus und dann könnte es sein, dass vielleicht sogar ein grüner Kanzler auf uns zukommt oder eine Kanzlerin. Man weiß es nicht. Halte momentan alles für möglich. Der Trend, ihr seht es hier mit dem Vergleich aus dem Jahr 2017, was das jetzt momentan für ein Zuwachs wäre, sind es bundesweit 15,3%. Union und SPD haben bis zu 6% momentan verloren und AfD wächst leicht, FDP hat leicht verloren, Linke haben leicht verloren, Sonstige haben leicht dazugewonnen. Wenn jetzt diese Umfragewerte so auch dann am Ende passieren würden bei der Prognose. Und das ist dann schon, finde ich, ein heftiges Signal und ein deutliches Zeichen. Wenn wir wieder auf Brandenburg zurückzwitschen, weiß ich momentan nicht, wie ich das deuten soll. Aber ich denke, dass das offensichtlich ist, dass viele mit der Großen Koalition bundesweit unzufrieden sind. Das äußert sich besonders stark in Sachsen, aber auch in Brandenburg oder allgemein im Osten Deutschlands, dass die AfD sehr stark dazugewonnen hat und auch die Tendenz, die bundesweit zu sehen ist, dass die Grünen immer stärker werden, auch dort zu sehen ist. Also, die werden sich mit der Linken wahrscheinlich, vielleicht sogar mit der CDU, wenn es ganz verrückt läuft und gut läuft für die Grünen, ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern am Sonntag. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Ihr könnt eure Meinung gerne mal unten reinschreiben. Wie habt ihr die Wahl empfunden oder vielleicht auch der Wahlkampf, wenn ihr vielleicht aus den Bundesländern auch kommt, habt ihr vielleicht auch mehr dazu zu sagen. Schreibt das gerne unten rein. Würde mich sehr interessieren, was ihr auch dazu sagt. Gerade auch am Wahlabend, wenn dann Leute vielleicht später das Video sehen, könnte das echt eine ganz spannende Diskussion in den Kommentaren werden. Bitte bleibt aber sachlich, egal aus welchem Lager ihr kommt. Könnt auch gerne sagen, wen ihr da gewählt habt oder wen ihr wählen würdet bei der Wahl 2021. Und ich denke, es ist auf jeden Fall ein deutliches Signal und eventuell wird die AfD die stärkste Partei in Brandenburg werden. Also es ist eine krasse Tendenz mittlerweile. Die AfD wird immer stärker und es bleibt abzuwarten, wie das Ganze dann aussehen wird. Das ist so meine These erst mal. Und ich denke, man muss sich bei der CDU und SPD auch langsam mal fragen, warum ist das so? Man sollte Lösungen finden und überlegen, warum verliert man so viele Wähler, weil die Leute unzufrieden sind. Und ich kann auch nur sagen, CDU und SPD hat dort bundesweit versagt. Auch in Berlin kann ich nichts Positives finden. Ich komme ja aus Berlin. Eine Mietpreisbremse und Co. Die Mieten werden immer teurer, Altersarmut ist immer stärker. Wir können uns teilweise keine Wohnungen mehr richtig leisten und Co. Selbst wenn man arbeitet, ist man nur am knapsen. Es ist schon sehr schwer geworden. Und das liegt auch an der Politik. Wenn die Fixkosten immer teurer werden und die Gehälter nicht mitsteigen, dann wird das immer weiter zu Unzufriedenheit führen. Mehr sollte in Bildung, Internet, Infrastruktur und Co. gesteckt werden. Und die Leute im Alter sollten auch unterstützt werden, meiner Meinung nach. Dann haben wir schon mal relativ viele Leute auch glücklich gemacht. Ob das aber allerdings von der CDU und SPD mal passiert, wage ich zu bezweifeln nach den letzten Jahrzehnten. Aber man wird sehen, wie das Ganze weitergeht. Das ist so meine abschließende Meinung zu dem Ganzen. Fazit nochmal. Die AfD wird voraussichtlich die stärkste Partei. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Die wird gleich die SPD überbieten. Und die SPD wird wohl zweitstärkste Partei gefolgt von der CDU werden. Und dann bleibt abzuwarten, wer mit der AfD zusammenarbeiten möchte oder nicht. Kommt es vielleicht sogar zu Neuwahlen und Co. Könnte spannend werden. Oder schließen sich die CDU, SPD und Grünen zusammen und machen Jamaika, Quatsch, nicht Jamaika, sondern schwarz-rot-grün. Wird auch schwierig, weil eine Jamaika-Koalition würde wahrscheinlich gar nicht mal reichen. Und ich denke, es bleibt abzuwarten, mit wem die AfD zusammenarbeitet oder will oder könnte auch sehr, sehr spannend werden. Vielleicht kommt es da auch gar nicht wirklich zum Wechsel der Regierung. Ich weiß es nicht. Es wird sehr spannend werden. Da möchte ich mich jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall denke ich, dass die AfD, glaube ich, vor der SPD landen wird und die SPD knappt dahinter, aber es wird auf jeden Fall im Kopf an Kopf rennen. Ihr seht es ja hier auch bei den Ergebnissen. Wie gesagt, geht zur Wahl, wenn ihr aus Brandenburg oder Sachsen kommt, am 1. September Stichtag. Wenn ihr die Sachsenwahl, euch das auch interessiert, guckt gerne bei dem Video noch vorbei. Lasst gerne auch ein Abo da, würde mich riesig freuen. Drückt die Glocke. Dann soll es das auch für dieses Video gewesen sein. Bis bald und ciao, ciao.